Hallo Leute, also hier sind so viele Steinpilze, dass ich die leider schon zertrete. Also es sind so viele rausgekommen, unglaublich. Guckt euch das an. Alles voll. Wo ihr guckt. Alles voll. Alles voll. Wenn ich sage, alles voll, dann ist alles voll. Guckt euch das mal an. Wunderschöne Steinpilze. Das sind Sommersteinpilze hier wieder. Und dann kommen noch zwei richtig herrliche, große Kiefernsteinpilze. Wow, die sammeln wir nicht. Die lassen wir stehen, die Kiefernsteinpilze, aber wow. Das ist auch einfach der Hammer. Leute, einfach nur Wahnsinn. Wahnsinn. Alles voll. Schuss, schuss. 12. 1. 1. 2. 1.